Guckt mal, wen ich hier habe. Unser Schneehuhn, unser Schneehühnchen. Guckt mal, wie süß das ist. Ein Schneehühnchen. Das sitzt bei uns unterm Weihnachtsbaum oben und ich wollte es euch gerne mal zeigen. Ich glaube, wenn es euch auch so gut gefällt wie mir, dann hat es schon seinen Zweck erfüllt. Du Kleine, du bleibst jetzt mal hier sitzen, nebendran und unterstützt mich in diesem Video. Denn es geht um was ganz, ganz Tolles, Wichtiges, ganz Wichtiges. Es geht nämlich langsam los mit dem großen Erwachen und dafür müssen wir einfach auch sehr viel noch über die Krieger des Lichtes wissen, was das bedeutet. Und wir werden auch nachher noch eine ganz tolle, leichte Übung machen, um die Krieger des Lichtes zu unterstützen oder vielleicht sogar selbst zum Krieger des Lichtes zu werden. Also bleibt dran und hört euch alles an, was heute die geistige Welt für Botschaften für euch vorbereitet hat. Denn es ist äußerst wichtig. Ein Krieger des Lichtes ist ein Wesen, ein Lichtwesen, welches aus der fünften Dimension zu uns auf die Erde gekommen ist. Und in dem Moment, wo also diese Wesen auf der Erde sind, vergessen sie ihre ganzen galaktischen Fähigkeiten und sind erst mal hier. Und müssen dann genauso wie wir durch die Schritte des Erwachens gehen. Jetzt sind garantiert heute viele, viele, viele Menschen dabei, die schon Krieger des Lichtes sind, welche dieses Video heute sehen, weil über die Anziehungskraft werden diese Menschen natürlich, werdet ihr angezogen. Und vor allen Dingen werden auch einige diesen Aha-Effekt bekommen und noch zusätzlich einen Schub in das Erwachen bekommen. Ein Krieger des Lichtes stellt seine Dienste, sein Wirken in das Licht und in die Liebe und ist mit Gottes Führung ganz eng verbunden. Also das große Liebesband, was hier aus dem Herzen in die Dimension zu Gottes Gedanken fällt, zu Gottes Liebe geht, ist bei jedem Krieger des Lichtes enorm entwickelt und ausgedehnt. Das ist also ein Zeichen, sobald du diese Verbindung spürst, kannst du sicher sein, dass du auch dazugehörst. Denn es gilt einfach für jeden Menschen zu entdecken, bin ich denn auch ein Krieger des Lichtes? Weil das mit dem Vergessen, mit dem Schleier des Vergessens auch die Krieger des Lichtes betrifft. Und sobald jetzt ein Mensch entdeckt, dass er sich so sehr für die Spiritualität interessiert, so sehr für die Engel und für die geistliche Welt, ist es schon mal ein Zeichen, dass er dazugehören könnte. Und wenn man dann einige Erwachensschritte gemacht hat, also es reicht ja nicht ein einzelner Erwachensschritt aus, sondern es sind immer ganz viele verschiedene Erlebnisse, welche die Menschen zum Erwachen bringen. Und es beginnt auch meistens damit, dass man sich nicht so wohl fühlt, dass man vielleicht körperliche Schmerzen hat oder dass man ständig müde ist. Solche Dinge, das sind äußere Anzeichen von Erwachenssymptomen sozusagen. Und es geht ja wirklich los, es geht immer mehr los. Und gerade jetzt, ihr wisst es, am 21.12. strömen ja so intensive Erwachensenergien auf die Erde wie das letzte Mal vor 9000 Jahren. Deswegen ist es wichtig, dass wir das alles verstehen, was da geschieht und was vielleicht auch mit uns geschehen kann oder geschieht. Total spannend, total spannend. Und wir werden natürlich heute auch eine Übung zusammen machen. Ich werde euch zeigen, wie man als Krieger des Lichtes oder als Lichtarbeiter wirken kann. Und das ist ganz einfach, das kann ein jeder. Das ist gar nicht schwer. Das ist so die Grundlage, die euch dann dazu bringt, einfach auch für das Licht da zu sein und dieses auszudehnen und zu verbreiten. Machen wir nachher. Ein Krieger des Lichtes ist ein Mensch, wenn er in seiner vollen Entfaltung ist, der mit seinem ganzen Wesen dem Licht dient, der also alles andere zurückstellt und der sein Leben komplett nach dem Licht ausgerichtet hat, nach der Liebe, verbunden ist mit der Liebe Gottes. Das heißt, er kann mit dem Licht umgehen, kann aus dem Licht heraus neue Projekte entwickeln, neue Technologien und kann diese Technologien so nutzen, dass sie so vielfältig in der größten Fülle vom Universum getragen sind und dadurch andere Menschen berührt und in das Erwachen führt. So kann man sich das vorstellen. Also es ist kein Krieg, ja, es ist einfach nur das Zeigen des Lichtes, das Ausdehnen des Lichtes. So was von wichtig, um zu wissen, die ganzen neuen Technologien, welche aus dem Licht heraus entstehen. Und das heißt, allein, wenn ich mich jetzt zentriere, lichtvolle Gedanken habe und daraus entsteht dann zum Beispiel ein spirituelles Werkzeug, so wie man arbeiten könnte spirituell, so wie man heilen kann spirituell. Das ist die neue Technologie. Und das sind Eingebungen, die dann aus der fünften Dimension kommen und von diesen Lichtarbeitern und Kriegern des Lichtes verbreitet werden. Also alle Menschen, die sich da sehr, sehr, sehr engagieren, sind die Vorreiter für das große Erwachen. Und das, was wir jetzt gleich machen werden, das betrifft alle Menschen, das kann jeder tun. Denn ich weiß, es gibt dann auch wieder Menschen, die sagen, oh Gott, ich kann das gar nicht. Ich habe keinen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe eine normale Arbeit. Und wie soll ich denn jetzt oder wie kann ich denn jetzt für das Licht wirken? Ich bin fehl am Platz und ist vielleicht traurig. Und da dafür gibt es diese wundervolle Übung, die wirklich so easy ist und die so viel bewirkt. Und wenn wir dies alle tun, dann haben wir eine ganz große Möglichkeit, das Licht auf der Erde zu verbreiten. Und immer mehr Menschen werden dieses Licht fühlen und immer mehr Lichtarbeiter oder Krieger des Lichtes werden erwachen. Darum geht es. Je mehr wir sind, umso besser und schneller und leichter kann das Neue kommen. Und jetzt mache ich mit euch die Übung. Ihr werdet sehen, es ist wirklich so easy. Und das kannst du überall, wo du gerade bist, tun. Du brauchst nicht zu meditieren. Du brauchst nicht in einem bestimmten Raum zu sein. Du kannst es im Auto machen, auf der Straße, bei der Arbeit, zu Hause. Wenn du spazieren gehst, du kannst es wirklich überall machen. So, also dann machen wir es mal zusammen. Zentriere dich, gehe in dich. Das heißt, konzentriere dich einfach auf deine Mitte und dann denke Licht. Denke das Wort Licht. Licht und lächle. In dem Moment, wo du Licht denkst, ist das Licht da. Und durch dein Lächeln gibst du ihm die Kraft zu strahlen. Und diese drei Dinge, zentrieren, Licht denken und lächeln, das ist dein Werkzeug. Das ist alles. Mehr musst du gar nicht tun. Und stell dir vor, jeder Mensch, der dich ab sofort anlächelt, könnte diese Schritte getan haben. Und wenn du zurücklächelst und das auch tust und dann verdoppelt sich dieses Licht. Und wenn dann du den Nächsten anschaust und der andere den Nächsten anschaut, oh Gott, mir krabbelt es gerade am ganzen Körper. Überlegt mal, wisst ihr, diese Schauer, wenn die Engel im Lichtkörper dich, wenn du so eine Gänsehaut bekommst oder dich so kalt und heiß wird, das ist ja ein Zeichen von den Engeln, die sagen, ja, 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 genau das ist richtig, das ist ganz wichtig. So geht mir es gerade. Ich wiederhole es nochmal. Stellt euch vor, du hast es gerade gemacht, lächelst. Und der andere Mensch lächelt zurück und macht es dann auch. Dann hat es sich schon verdoppelt, multipliziert. Und dann schaust du jemand anders an und der andere schaut jemand anders an. Und so wird das immer, immer mehr. Und so verteilt sich das Licht, die Freude des Lichtes, die Kraft des Lichtes auf der Erde. Das ist wirklich so einfach und hat so eine große Wirkung. Und ich glaube, ihr freut euch jetzt genauso wie ich darüber, dass das so schön ist und so einfach ist. Und tut es überall, tut es einfach immer. Wenn euch das einfällt, tut es ganz bewusst und ihr werdet sehen, allein dadurch wird das Leben viel schöner. Ja, und jetzt möchte ich gerne noch eine Botschaft von der geistigen Welt überbringen, um die Lichtarbeiter, die Krieger des Lichtes zu stärken und um diese Liebe noch mehr zu vergrößern. Und ich bin sehr gespannt, was für eine Botschaft kommt. Und da wird mir es jetzt auch schon ganz komisch. Also, was heißt komisch, so diese Bestätigung kommt wieder von der geistigen Welt. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Botschaft gemeinsam hören. Und ich werde mich jetzt auch erst mal gleich einsprühen mit meiner Ursprungsenergie. Die Ursprungsenergie verbindet einen mit Gott, mit der Herkunft und bekomme jetzt die Ausrichtung, um für euch wirken zu können. Und so bitte ich um die Energie des Schutzes. Ich bitte um den Schutz für alle Menschen und für mich, welche heute hier sind, welche dieses Video betrachten, zuhören und die Botschaft der geistigen Welt bekommen. So dehnt sich die Energie des Schutzes aus, umhüllt dich liebevoll und mit einer warmen Decke, welche dir sagt, dir geht es gut, du bist beschützt und das Licht ist bei dir. Ich öffne nun meinen Kanal und ich bedanke mich bei der geistigen Welt dafür, dass ich euch diese Botschaft überbringen darf. Und ich bin bereit, die Worte zu empfangen. Es spricht Melek Metatron zu dir, das Auge Gottes, das Licht an sich. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe. Und ich trage das Wissen des Alleinen in mir. Und so begrüße ich dich mit den hohen Worten der Liebe und Smarana. Möge das Licht dich heute führen und begleiten. Ich überbringe das Licht der Liebe. Ich überbringe das Licht des Alleinen. Und ich bitte dich, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen und diese große Liebe Gottes zu empfangen. Und so strömt ein großer Strahl der göttlichen Liebe und Schöpferkraft jetzt zu dir. Öffne dein Herz und öffne deine Seele, damit dich diese Energien berühren können und dir zeigen, wie einzigartig und wie großartig du bist. Die Energie der Liebe fließt durch jede einzelne Zelle deines Körpers. Sie fließt durch all die Speicher der Erinnerung. Und wenn du dazu gehörst, wirst du es in deinem Herzen spüren. Die Liebe wird dich berühren und öffnen. Sie wird deine Erinnerungen aus der fünften Dimension jetzt für dich fühlbar machen. Und so überbringen wir die geistige Welt dir die Energien der Erinnerung. Lasse dich tragen von den Tönen der Wirklichkeit und nehme all das auf, was dir jetzt gezeigt wird. Und so überbringen wir die Ereignisse. Und so überbringen wir die Ereignisse. Das Licht legt sich wie ein Mantel um deine Schultern. Es leuchtet und strahlt die Kraft der Liebe aus. Dieses Licht ist dein Werkzeug. Mit diesem Licht bist du mit Gottes Liebe verbunden. Und du wirkst zum allerhöchsten Wohle von allem, was ist. Die Engel sind bei dir, unterstützen dich und helfen dir, in deinem Dienst für das Licht zu dienen. Ich habe gesprochen im Auftrag aller Engel im Universum. Ich habe gesprochen im Auftrag von Gottes Liebe, der vollkommenen Schöpferkraft, der vollkommenen göttlichen Liebe, welche immer ist. Und so umarme ich dich voller Achtsamkeit und ziehe mich langsam wieder zurück. Das Licht ist bei dir und du bist gesegnet, gesegnet für immer. Smarana Ich fühle mich so erhoben. Ich fühle mich so ausgedehnt. Und ich fühle mich so nahe. Ich fühle mich so nahe zu euch. Es ist so herrlich. Oh, es ist so schön. Vielen Dank, geistige Welt, für diese Botschaft, für dieses Licht und dieses Erkennen. Und ich weiß, dass diese Botschaft und auch die kleine Übung, die wir gelernt haben, das große Erwachen unterstützen wird. Und schön, dass du da bist, deine Zeit mit mir verbracht hast. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit im Dienste des Lichtes. Bis bald. Ich hole noch mal das kleine Schneehühnchen. Guckt ab. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schirm. Tschüss. Tschüss.